Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe gerade gesehen, der HP 990 hat ein neues Video hochgeladen. Ich schaue mir das jetzt einfach mal an, mache so eine kleine Reaction drauf und ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischauen wollt, unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist auf jeden Fall verlinkt und wir starten, würde ich sagen, gleich ins Video hier. Kein Intro, keine Highlights. Scheiß Video. Okay, mal schauen. Ich hoffe, dass der Ton alles passt. So, okay. Wie er ihn hinrichtet. Die anderen beiden da unten, die ist ein Jiggy Jogger, noch ein Mini und der da oben. Will er ihn jetzt einmal töten, bevor da noch andere kommen oder so? Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen leise. So, machen wir mal ein bisschen lauter hier. Okay, okay. Oh, jetzt ist es doch ein bisschen laut. Oh, oh. Was, 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 warte mal. Okay, hier richtet er ihn hin. Okay, jetzt geht's los. Oh. Oh, da geht alles rein mit der MP, man. Richtig gelasert den auch. Schön. Aber die bauen halt auch irgendwie nicht. Der ist eh komplett lost. Sehr schön. Alles auf der Pace. Alles auf der Pace. Sehr schön. Richtig schön. Oh nein, tut mir. Ich kotze. Okay, das ist asozial. Ich spraye alle auf ihn drauf. Da kann nichts machen. Erstmal schön finishen. Okay, der ist mal komplett lost. Oh mein Gott, ist der lost. Oh, jetzt. Wieder hat er auch von allen seinen angeschossen. Er sieht den Luftballon, der weiß genau, da ist einer. Ist das geil. Sehr schön geholt. Minigun jetzt. Alter. Okay, der S-One-Shot sagt er. Der stirbt doch jetzt an der Zone, oder? Kriegen sie den Kill noch? Ja, der kriegen den Kill noch. Okay, der ist sehr schön. Oh, schöner, schöner Deagle-Hit. Schöner Deagle. Der ist halt komplett... Sowas ist halt komplett lost. Also, bitte. Er gibt ihm den Headshot. Und er steht immer noch. Er steht, er steht, er steht. Und dann kriegt er das immer... Er baut nicht. Klar, hier oben ist der andere. Aber bitte bau doch einfach hier eine Wand hin. Dann bist du auch von beiden Seiten safe. Ei, 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 ei. Und dann erstmal Disrespect-Tanz. Sehr schön. Oh. Auf die Range? Richtig nice. Die müssen kommen. Die sind nicht in der Zone, oder? Die müssen pushen. Ja, da kann man natürlich easy-free-Hits landen. Ja, der eine wurde sogar vom Sturm niedergestreckt. Schade. Ja, 20er Head und dann noch 30er. Und wenn der nur 58 Leben hat, was? Der rennt durch die Zone. Mit dem Sturm. Alles klar, das ist bei ihm falsch. Er rennt durchgehend im Sturm. Er will einfach durchgehend leben. Der heute? Oh. Er trägt vor allem einer. Ja, ist auch gar kein scheiß Video. Safe-Ironie. Er kann keine Fallen platzieren. Er kann keine Fallen platzieren. Er hat es auf dem Boden einplatziert. Wenn die gingen nicht, war nicht von ihm. Sehr schön. Der Raketenwerfer ist immer arschlachmäßig. Oh, 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 oh. Der ist in ihm drin. Oh, der cuttet er sofort weg. Wie er hier in ihm drin war. Er baut, er baut. Er ist alles noch in ihm drin. Der hat dieses Ganze überlebt. Hier Boden schräg gebaut. Er ist alles noch in seinem Gebäude drin. Und dann gibt er ihn. Er hat schnell weggecuttet. Da haben wir wieder den schön geholt. Schön weggeditiert. Okay, weiß. Das war schon heftig. Sehr schön. Ah, das ist geil. Wenn er die wiederbeleben will, dann so ruhig sitzt er. Ah, das ist so ein schönes Gefühl. Das Headshotgeruch ist das geilste Gefühl, was es gibt. Komm schon, jetzt gib ihm. Gib ihm. Komm, gib ihm. Ah, da kriegt er... Oh. Fucking Stinkgranaten. Er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus. Ah. Was ein Lackmann. Der andere blickt ja auch nichts. Oder kommt der Nächste. Hat er den Shot gemisst. Kommt jetzt wieder ein bisschen dazu. Wegen dem Kill. Boah, das sind aber auch schon ein bisschen lost, die Gegner. Den hätten sie unter Umständen eben treffen können. Kommt jetzt gleich die Rampe hoch. Sehr schön. Das pusht er an drin noch. Oh, oh, oh. Da wollte er nochmal der Wand sitzen, aber die war ja editiert. Sehr schön. Boah, 95. Geht einiges rein. Die Minis jetzt. Sehr schön. Nichts. Oh, nein. Nein, 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 nein. Junge, wer hätte den jetzt... Okay, das ist mal run von denen. Erstmal finishen. Nice. Keine Musik mehr? Okay, keine Musik mehr. Schauen wir jetzt ohne Musik? Dann kann man es auch ein bisschen lauter machen, sogar noch. Okay. Oh mein Gott. Warte, was, warte, was, warte, was? Ich habe gerade weggeguckt. Ich habe gerade auf die Aufnahme geguckt. Und... Und dann habe ich nur den Deagle schon genommen. Aber den Kill danach dabei ist einfach runtergefallen. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Da... Was? Wieso weiß er, dass er da unten ist? Der baut hier, baut er. Ah, okay. Man hat hier die Wand gesehen. Das habe ich gerade gar nicht geblickt eben. Oh, und dann aber auch sofort drauf. Deagle sofort drauf mit der Pumpe dann. Und dann gibt er ihm so das Brett, Mann. 168 jetzt schon. Alter, Schwede. Jetzt der da oben ist der Letzte. Wenn er den jetzt noch holt... What the fuck, Mann. Sehr schön. Alter. Richtig geil, Mann. Richtig, richtig geil. Hoppala. Richtig, richtig, richtig gut, Mann. Also, kannst du hier mal wegmachen, Alter. Richtig schöne Ironie. Alter, war aber ein richtig nicees Video. Ähm, sagen wir schon. Schon ziemlich gut, Alter. Saustart. Alles auf der Pist, musst du mal bedenken. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like. Da wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Mhp vorbei. Und tschüss.